Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist euer Zocker Andi. Wir spielen heute Dino Rage Defense. Willkommen auf Medium im Level 5. Jetzt können wir dich schön upgraden. Hau dein Turbo rein. Sehr wichtig. Der Stun ist vielleicht auch nur zu schlecht. Chamäleon. Okay, der setzt mal Türme aus der Gefecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Den Saurier, den dicken müssen wir auch weg, weil der hilft denen. So, hier kommt einer. Das heißt, wir werden... machen wir hier am besten einen. Die Towers sind jetzt eh schon günstiger. Soll es dir ausgehen, dass der dich schön weg macht hier und uns Punkte gibt. So. Und wir kriegen gleich noch einen zweiten Tower. Das wird sich ausgehen. Komm, Punkte. Jawohl. Ich brauche nämlich dringend einen zweiten jetzt. So. Und zack! Dass wir hier mal... Der kommt jetzt aber nicht durch. Ne, denke ich mir. So. Hier dachte ich mal vielleicht den, weil der hat eine schöne Range. Und hier den noch. Und weiter geht's. Da kommt doch einiges. Ich hoffe, die kommen jetzt klar. Ja, aber es geht, Leute. Es geht. Die kommen klar. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Wave 2 von 5. Zack! So, wo kommen sie? Hier kommen sie. Das heißt, wir machen hier einen Tower. Und hier einen Tower. Super. Und da oben kommen sie auch. Das ist schon mal schlecht. Sollten wir hier noch einen bauen. Genau. Aber ansonsten läuft's, Leute. Wir können uns nicht beschweren. Hier noch was. Hier noch was. Es läuft. So. Und hier jetzt den. Unserersten Flächen. Der Match Tower. Wave 3 von 5. Es geht wirklich gut voran. Wir merken's langsam. Diese Upgrades, die bringen was. Die bringen auf jeden Fall was. So. Der setzt mal Tower aus der Gefecht. Da müssen wir richtig aufpassen. Da müssen wir richtig aufpassen. So, jetzt werden wir da mal was drüber pfeffern lassen. So. Am besten Flächendamage auf den da. Oh, da kommt jetzt einiges, Leute. Da kommt einiges. Das ist ganz schlecht. Das ist schlecht. So. Wir brauchen hier jedes Upgrade. Alles, was wir kriegen können. Sonst gehen die durch. Wobei ein paar sowieso durchgehen werden. Also. Drei Sterne kriegen wir nicht. Aber zwei sind locker noch drin. Das können wir locker schaffen. So, auf den da bitte. Immer auf den Vordern, Jungs. Auf den Vordern. Hallo. Wieso kann ich den nicht markieren jetzt da? Ungut zum Anklicken. Wave 4 von 5. Wir können den upgraden hier. Bei dem brauchen wir nur ein bisschen Kohle. Noch ein bisschen beschleunigen. Okay. Gib mir das Moos. Gib mir das Moos. So. Upgrades. So läuft es, Leute. Jetzt ist der dran mit Upgrades. So. Da lassen wir jetzt ordentlich was runter hier. So, wir machen jetzt BÄM. Und jetzt können wir ein paar Tower upgraden. Der ist schon auf Max. Dich können wir. Nicht auf Max, aber doch. so jetzt ist der auf max und danach ist der dran jeder kriegt hier sein upgrade nächste wave 5 von 5 schaffen wärmers denke ich die frage ist nur viel sterne also zwei denke kriegen wir bis jetzt auf jeden fall hin so die letzte fängt schon an jetzt kommen sie von allen seiten jetzt kommen sie jetzt kommen sie ich will das gerne upgraden jawohl so punkte kriegen wir genug das ist nicht unser problem ich werde hier noch so einen für flächendamage nehmen so zack da muss was runter bisschen mithelfen hier sozusagen du kriegst noch upgrade rein genauso wie du mein freund und du bei dir wird die sonne ausgehen jawohl so jetzt hauen die rein leute jetzt gibt es da kamikaze bei den beiden und tschüss wir haben es geschafft zwei sterne nächstes war wir machen wieder mal einen cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten mal euer zocker andy let's play tschüss